Einen wunderschönen guten Tag allerseits, heute gibt es wieder einen kleinen Stream. Gegen 18 Uhr geht der WoW No Death Run weiter und zwar mit diesem Dude in der Mitte und mit diesem Dude unten links. Also wenn ihr Bock drauf habt, kommt gerne vorbei, ich freue mich auf euch, bis später!